Wir haben eine neue Folge Yakuza. Ich habe ein wenig Nebenmissionen. Erledigt. Etwas Strassengedöns. Und ich nehme noch nicht. Wir gehen jetzt, das meint der Kollege, die Stripperin zu schauen. Wir gehen jetzt hier. Hier. Durchstärke von Stardust. Du bist, die Frau, die in der Szene. Ja, das ist das. Ich bin froh, dass du hierherst. Ich bin froh, dass ich hierherst. Ich bin froh, dass ich hierherst. Ich bin froh, dass ich mich für Sie. Ich bin froh, dass ich das. Ich bin froh, dass ich das. Das war ein Schöpfab. Ich bin froh. Ich glaube, es ist gut. Ich glaube, es hilft, es hilft, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Das kannst du ja nur zuschauen, wie sie auf dich sehen können. Da gibt es auch noch einen Hintereingang. Mit der MCM. Oh nein. Oh nein. Es ist schon los, Kiryu-san. Oh, ich dachte, das ist gesperrt. Was ist das? Was ist jetzt das? Nein, seine Freundin war die letzte, oder? Kommt jetzt seine Freundin? Was ist das? 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 Oh nein, oh nein! Oh mein Gott! Das ist der Hand, oder? Das ist der Hand, oder? Zum Glück die Platte an, oder? Ich muss schnell schauen, ob ich... Ja... Die Uhr ist wahrscheinlich nicht so im richtigen... Wir haben natürlich alles in die Inventar geladen... Egal... Der ist ja ein Schwacher... Wie ist das? Was ist das, oder? Was ist das? Ja, was ist das? Was ist das? Was ist das, oder? Was ist das? Ich würde sagen, was ich... Ich würde sagen... Was ist das? Wie ist das? Die sollten doch das langsam alle wissen, dass wir den Patriarch nicht umgebracht haben. Die Leute haben uns schon gesehen. Wo ist die Wahrheit? Die Verkaufung des Spiele. Die Verkaufung des Spiele. Es trifft sich alles dort aus. Komisch. Irgendwie gehen wir in Missionen als gleiche an. So ist er auch verwickelt in die Geschichte. Mit der Gärtner, wie wir ihn nennen müssen. Der Florist. Da sind ja alle involviert. Das ist wieder mein Möchtegern. Das ist der, der die Rechnungen will. Ich glaube, damit habe ich wieder etwas. Drei Missionen laufen jetzt gleich zusammen. Ich weiss nicht, was passiert, wenn ich dort hingehe, welche Missionen sie triggere. Jetzt legen wir uns mal durch die Stadt. Das ist so ein wenig bestiartiges Technik. Das ist so ein wenig bestiartiges Technik. Das ist so. Wir haben ja auch gegründet. Die nächste Spielkarte ist ja im Park auf dem Baum. Ich weiss ja immer noch nicht wie man die runter holt. Der hat schon aufgenommen. Ich schaue bei ihm. Ich glaube ich habe noch ein paar Rechnungen. Er sammelt ja 2000 Yen Rechnungen. Hallo. Gangsters. Kommen wir mal hin. Wir tatsachen! Schauen wir mal auf. Wenn meine Spezialenergie verbraten bin. Die brauchen wir dann erst gerade. Für eine Million könnte man noch die Pfeile kaufen, die besser wären. Ich habe nicht das Gefühl, es könnte negative Effekte geben. Was will der mit diesen 2000 Yen Rechnungen? Ja. Ja. Ah. Oh. Ah, das kann ich mir. Was ist hier in der Arena? Genau, hier ist auch noch ein Essen. Das ist auch mal. Yakuza. Ich bin sehr schnell. Kiliu. Kiliu! Sie sind... Sie sind... Schimpier! Kiliu. 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 Nein, ich kann ihn nicht, aber ich sollte direkt mit 3 können, dann ist der Special Empty. Scheisse geht nicht. Dem geht das nicht. Ich kann ihn nicht nehmen, jetzt! Das ist weg. Das ist weg. Das ist weg. Ich mach dich. ja kohle der oberen Wir sind verdammt verarscht worden von Yumi und von allen, die er befreundet war. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ah no, ich will etwas, aber jetzt ist es so, wie es das hier ist. Was ist das? Was ist das, was ich? Was ist denn da? Ist sonst gut, ja. Freepulse for Asia. Was soll das? Jetzt kann ich den Stripper nach hinten laden. Backdoor. Wo bin ich? Ah, hier. Ich werde den anderen im Säge anladen. Das ist sicher die Kollegen hier. Die haben wir auch noch. Ich bin noch nicht so happy. Ich will nur noch ganz wenig ins Gesicht. Ein bisschen hier. Dann müssen wir schnellyangeln. Jetzt kann ich den Karten. Das war's für heute. Ich habe noch in die Bowlinghalle geschnappt. Oh shit, was ist das? Was war das? Wo? Das war's für heute. 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 Ich glaube, es ist es so dasselbe! Das war's für heute. Oh! Vielen Dank. Hmmmm... Hmmmm... Oi! O que? 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 Äh! Kann ich mich einfach wieder anlassen? So komme ich in den Rücken. Der reitet sich immer tiefer in die Scheisse, oder? Hoi! Nani! Nani! Hoi! Cool! Ich habe etwas Erfahrung gesammelt. Aber mit dem machen wir keine Geschäfte mehr in die Zukunft. Ich habe noch einen Punkt. Das ist verdammt! Das ist ja wohl. Das ist ja lektisch. Und jetzt nur dort. Schäfer. Boss, ja genau. Pass auf, ja, hier. Schäfer. Pff. 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 Ahhhh. Ja komm, verschonen wir diesen verdammten Krüppel. Das mache ich aber kein nächstes Mal lernen. Ich habe keine Läde dazu. Wie geht es? Was ist das? Willkommen. Das war's für heute. 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR